Musik Jaaaah Hallo hier meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Trollrunde in Rainbow Six Siege Wir versuchen heute im Angriff mit dem Rekruten, mit der Frag Grenade und dem Schild Ähm, uns beim Gegner, also so nah am Gegner hinzustellen, dass wir mit der Granate, mit der gezogenen Granate uns selbst in die Luft jagen und den Gegner mit in die Luft jagen Das ist die erste Sache, also im Angriff Und in der Verteidigung versuchen wir nur mit dem C4 den Gegner zu töten und uns damit auch selbst in die Luft zu sprengen Und wir versuchen diese Runde zu gewinnen Ob wir das schaffen? Keine Ahnung, wir werden es sehen Jaaaah, das sind meine Nein Nein Da, 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 da Hol ihn dir Ach, Gott Nein Nein Ach, leck mich Jaaaah, leck mich Du Arschgeige Komm, Blacklist, du kannst dir einen holen Zieh die Granate Ich hab keine Granate mehr Vermesser ihn V Ach Toosti, ernsthaft man Toosti, so schön Es ist übrigens nicht alles gleich Das Auto ist nicht schön, aber das blinkt nicht Schau mal das C4, Jungs Ich hab's in der Hand, Jungs Ich auch Besten Leben, Alter Dieses Buch ist doch sicherlich sehr teuer, oder? So, da kommen sie Ich geh hoch aufs Dach, ich spring da runter Oh, es war sehr teuer Es war sehr teuer, das ist korrekt Sind die unten? Da ist was AAAAAAAA Zieh deine, zieh deine, zieh deine Granate Burnie Und geh drauf Gönn dir Halten, 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 halten Rein, rein Komm rein Schaffste nicht Nein Alles klar Ach, nicht im Ernst, Toosti Das probieren wir uns dann, komm, das erkenne ich raus Das ist ein blau-roter statt blau-blau Ich hab epileptische Anfälle AAAAAAAA Na, du hast's geschafft Nice, Alter Was ist los? Und jetzt fick ich die, indem ich rausgehe Okay Der Rider Pisser Der Rider Pisser Der Rider Pisser Die rennt da raus Die rennt sich da draußen raus Ich hab's verfehlt Oh Mann, Alter Doch, ne, ehrlich? Ja Ja, ich hab's geschafft Nein Ich hab's geschafft Nein, ich hab's nicht geschafft Ich hab ihn nur injured Ja, ja Oh, da kommt Komm, chill Nein, komm hier Was soll ich machen? AAAAAA Messer Scheiße, Alter Ich hab den fast noch gemessert, Juni Guck mal Das ist die Stühle, ja? Ja Ich zeig dir jetzt mal Einrichtung HAAA Du schießt einen Stuhl kaputt Alle brechen zusammen Guckt mich alle an Mich brauchst fürs, äh, fürs, äh, fürs, äh, Screenshot Fürs, äh, fürs, äh, Diggins So, jetzt legt euch alle gleichzeitig hin Hä, warte mal, der ganze linke steht falsch Bernie steht mal wieder falsch Ja, du, Bernie, du musst alle hinstellen In eine Reihe stellen So, und jetzt auf, auf zwei legt ihr euch hin Drei, zwei Geile, letzte Scheiße, ey Geil, letzte Scheiße, ey Geil, zwei EY, ALTER, WAS? Das war mit Absicht im Übrigen, ich dachte mir so Okay Leute, damit sind wir am Ende der Saison gekommen Wenn es euch Spaß gemacht hat und ihr mehr von diesen Trolling-Folgen sehen wollt Dann lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut da rein, ciao!